hallo ladies and gentlemen willkommen zurück zu einer weiteren runde slide wir spielen noch mal den seltenen charakter und warten mal darauf denn ich möchte mal sehen was das kann man sich so sachen sammeln ich habe ein paar spiele gestern gemacht alleine und ja und schon irgendwie sowas in der art was passiert wenn ich es so wie ich jungen wir gehen aber auch gleich mal hier ich weiß nicht ich hab ja ja Oh, ich habe einen Schuss-Modler. So, ich habe einen Schuss-Modler. weg, 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 ach man, f*** doch die Hände, die Treide, oh Gott ey, das ist eine schwierige Runde, die Viecher rennen natürlich gnadenlos durch, ne, aber ein scheiß Setup, ey, das ist echt kack, ey, das Geld wird hier übrigens geteilt, sprich, hier zählt nicht, wer den, wenn den, äh, den letzten Schlag auf so einen, so einen, so einen Minion macht, wenn jetzt quasi Minion, obwohl ich war jetzt nicht Minion, ich weiß, ich steuere letztes Mal schon, äh, so einen, äh, verwässert, aber, äh, kann man sehen. Ich habe noch gelebt, okay, ich verstehe das manchmal nicht, ob ich noch lebe oder nicht, das ist manchmal nicht so, äh, naja, macht es doch hier, wer, der 115DC, ja, meine ersten Items, uhu, läuft ein bisschen bescheiden schön muss ich ehrlich behaupten. Aber irgendwie sind die Animationen ja der, 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 der Jäger und das Spielsitzende alle gleich gut sein. Oh Gott ey, das wird echt ein Scheißspiel. Nop. Segen die Führung. Oh Mann, das ist ein Scheiß. Er schon wieder gehört, der von der ganze Zeit hat. Alter! No tank remissed. Naja. Die werden sie nämlich sagen. Obwohl es doch eigentlich relativ gut ist. Zur Zeit. Wir brauchen nur zur Zeit. Er geht alleine nach vorne. Er ist aber sehr mutig für ihn. Hat er das überlebt? Ne. Ich muss kurz sagen. Das wäre ja schon sehr lang. Lass mal dem Typen nur unten auf den Sack gehen. Keine Ahnung mehr. Ich müsste ein Stückchen zurück. Mal gucken, zwecks neuer Ausrüstung etc. was wir uns da holen können. 96 steht es mittlerweile für uns. Das ist natürlich sehr gut. Mit Reikel zum Führung. Punktemäßig sieht der... eher hinten angesiedelt. Das ist nur noch aufhörmig hier zu schlagen. Komm schon. Geh doch auf den drauf man. Oh oh. Tor ist glaube ich in der Luft. Ja. Da ist er runter. Hä? Au. Der war doch in der Luft. Scheiße. Er war doch in der Luft. War natürlich schlecht. Und Jingfing, der schiebt jetzt da rum und macht nix mehr damit. Ist aber schlecht, Junge. Ah, die pushen die Lane so hart. Mit den Minions. Nein. War das war gut, ich willabit. Gitarren. Ja. Wie geht es nun. Wie geht es dann aus? Ich hab schon ein Beam. Wie an der Ecke? Wie an der Gurt? Okay. Gott, krieg ich Damage rein. Gott, krieg ich Damage rein. Oh Gott, sie sollten uns auch pissen. Ja, alles daneben gesetzt. Bloop, bloop. Jetzt kill ihn doch. Alter. Wie der den Schluck da hat. Oh nein. Das verlieren wir nicht mehr. Boah, das war ein Crit, Alter. Aber was für, Alter. Lass mich nochmal raus, da. Geh? Ich guck mich wieder von oben. Jetzt blockiert die mich auch noch. Leute, ich... Ja. Wenn er sich auch so ein Stück weit beeilen können, oder? Ne, da wartet er noch, bis ich rauskriege. Dann bin ich gleich noch. Fangen wir doch auf, die Leute zu killen. Minions müssen weg. Genau wieder. Genau wieder. So, weg mit dem, na. Warte, 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 warte. Oh Gott, naja, kommt die Erdschung wieder an, wie wir rausstehen. Okay. Okay. Ich schlappe dazu, ne? Ich schlappe dazu, ne? Wir reden, oder wo weiß kinder, ne? Was? Achso, ich war inwiefern tot, oder? Scheiße, was ich nach oben gucken kann, ne? Das war immer noch nicht so. Das macht relativ viel nicht Gold, ey. Das ödet mich schon so ein bisschen. Dann geht's doch noch mal. Oh Gott, die werden jetzt bei allem aufgehen. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Boah, jetzt ist der schon wieder hier. Was? Ach. Ich dachte, der Minion hat mich geslade. Was? Das ist ein Schuss. Ein anderes Team, was sie hier campen. Vielleicht... Alle so ein bisschen... Auseinander rumhocken und... ...spielen. Warte, 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 warte. Ach komm, jetzt bin ich verarscht. Da sind die noch durchgekommen, ey. Was? urger... ... ... ... ... ... An enemy has been slain. Killing spree! Ach ja, ich will das mal wieder auf Gold oder so? Acht. Yay! Die ganze Acht, voll, voll. So, voll, mega, cool. Ha! Der hält echt viel aus, das ding hier. Ja, guck mal den Arsch. Das haben... Jetzt bin ich drüber durchgeführt. Ach komm. Ich bin irgendwie echt stüchig, ey. Ich lande gegen den auch keinen Kripp, ne? Echt krass. Oh, jetzt kommt der Affenkopf wieder, ey. Ach, Mann. Oh, what the fuck, Alter. Jetzt würde ich gehen. Ich würde mich vielleicht sparen, das wäre echt super nett von euch. Das zu dürfen. So in 15 Sekunden, das könnte auch mal so kurzer sein. Ich glaube noch mal 17. Ach, komm schon, fuck. Ich hab ein Double Pill gemacht. Okay. Ähm. Ähm. Ja. Scheinlich war irgendwas geklaut. Ja. Ja. Lop. Zah. Ich meine. Ja, ja, ich hab gehobert. Ja. Danke. Ja. 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 Nope. Not to go. Sehr gut. Ich mach dich ja wieder echt ules ab, ey. Komm schon mal mit. Ja. Wie lange kam mir das denn über... Wie? Ich hab den gestunt und der war trotzdem weiter zu rufen? Fuck. Ist schon ein ganz schön übel, das Match. Keine Ahnung. Komm schon. Komm schon. Danke. Oh, guck mal da. Oh, guck mal da. Ist das in der Luft? Nee. Weil wir mal gut abgehalten davon bist... ...dick hier zu holen. Mal vorstellen. Mal scheiß grafisch, glaub ich sterbe oder nicht. Aber, der ist ja noch gar nicht weg! Aber, der ist ja noch gar nicht weg! Wie ist denn raus? Wie ist denn raus? Wollt! 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 Ja jetzt kommt dieser absolut behindertkranke Musik. Wollt! Wollt! Ich bin gespannt was es sein oder werden soll. Wer kann mich gut für das Service Map? I don't know. Wer kann mich gut da sein? Ha, keine Ahnung. Schlechter Verlieber. Gut, dann bedanke ich mich für's gut und bis zum nächsten Mal.